Ungefähr 35 Kilometer von Marburg entfernt liegt das kleine Dorf Willingshausen. Es ist umgeben von einer idyllischen Landschaft und liegt mitten in der Schwalm. Früher sind zahlreiche Künstlerinnen zum Zeichnen und Malen in den Ort gekommen. Dort beobachteten sie die Bewohner und ihre Bräuche und nahmen am Dorfleben teil. In Willingshausen trug man damals noch Trachten und pflegte viele später in Vergessenheit geratene Traditionen. Heute geben uns die Kunstwerke einen Einblick, wie der Alltag und die Feste der ländlichen Bevölkerung in Willingshausen ausgesehen haben könnten. Auch der Künstler Ludwig Knaus reiste vor mehr als 150 Jahren nach Willingshausen. Der Maler fuhr damals mit dem Zug bis nach Neustadt und legte den Rest der Strecke zu Fuß und in einer Pferdekutsche zurück. Anschließend gab es eine Mahlzeit und ein Bett im Gasthaus Hase, in dem in den Sommermonaten viele Künstlerinnen wohnten. In den nächsten Tagen und Wochen fertigte Ludwig Knaus zahlreiche Skizzen und Zeichnungen an. Später malte er anhand seiner Zeichnungen Gemälde im Atelier. Einige seiner Kunstwerke sehen aus wie in Szene gesetzt. Sie wirken so, als hätte man mitten im Geschehen kurz auf Pause gedrückt. Hier sehen wir zwei Jungen beim Kartenspiel. Der Junge auf der linken Seite hat ein Kleinkind auf dem Schoß. Wir fragen uns, was als nächstes passiert. Welcher der beiden Jungs die Kartenrunde gewinnt? Wer glaubst du hat die besseren Karten? Wenn du genau hinschaust, kannst du bestimmt den möglichen Gewinner ausmachen. Karten kann man mit vielen Leuten oder alleine spielen. Da momentan der Kontakt zu neuen Mitspielern eingeschränkt ist, haben wir dir ein Spiel rausgesucht, das du auch alleine spielen kannst. Das nennt sich Patience. Vielleicht hast ja auch du heute Lust auf ein Kartenspiel. Das nennt sich Patience.